Ah, ich hab ne giftige Kartoffel. Lass uns ne giftige Kartoffel lassen. Wo hast du die denn her? Ich hab noch nie ne giftige Kartoffel gehabt. Wenn du ne Kartoffel abbaust, dann hast du ne Chance ne giftige Kartoffel aufzubauen. Aber irgendwie hat die mir grad nix getan. Ja, doch so viel. Ah, bin ich doch dämlich! Ja. Hat jetzt noch irgendeine Knochen... Ja, es ist 2, dass es es noch lohnt, vorbeizukommen. Auch wenn das doch sehr lieb ist. Du hast grad gesagt, du hast 2. Ich hab auch noch Knochen mehr. Du hast die Knochen gekauft. Ja, eigentlich schon. Komm zu mir. Komm zu mir. Boah. Bitte. Ja? Äh, wo warst du nochmal? Als wie viele große Slimes hier sind, das ist so evil. Schön töten. Oh ja. So evil. Äh. war hier vorne das doof ist nur die spawnen auch unter anderem in meinen feldern und machen dann alles kaputt bringen die alles kaputt deswegen heißt die die wiese immer schön gut ausleuchten ja die können ja rein oh der regen hat aufgehört hust komm geht noch einer rauchen roch mal noch eine oder kenne oder doch nur eine ja sehr fix wie lange nehmen wir schon auf hat da mal jemand einen plan ja ich denke auch dass wir dann länger als zwei stunden aufnehmen grob gesagt macht aber nix was wir haben haben wir mal klar doch ich repariere die zahl entschuldigung ich habe hier nicht gehört juka hat zange kaputt gemacht genau zange ich wollte eigentlich dinge und sachen gleichzeitig sagen leute hört doch mal was die alles weiß wenn thomas jetzt hier wär ne das muss ich mir unbedingt merken diese stelle und thomas drauf aufmerksam machen warum einfach so einfach so einfach so recht was das denn schmeiß mich weg ich glaube ich rufe thomas war doch eben noch an einfach so das ist ich will nicht jetzt wissen warum jetzt erzähl ne mann mich ja ja bitte jetzt sag nein doch ich hau ab ey so uncool weil du gerade aufnimmst wie soll ich keine weite aufnehmen nachdem ich abgehauen bin jetzt erzähl man und das rufst du dir jetzt nicht an doch nein klar warum nicht weil ich sag warte mal ach so sieht es total aus dann ruf ich gar nicht mehr also mich ja dann lass uns wenigstens zuhören was warte der würde eh gleich ins TS kommen ich rufe ihn jetzt nicht wirklich an oder warum soll ich ihn nicht anrufen dann weil ich erst mal rechtsklick drauf dann machen zum Beispiel ein versorbertsschwert mit drückst du warum soll ich ihn nicht anrufen halt das ist doch mal die Klappe dann wenn man bei denen jetzt nein das ist nicht jugendfrei können wir auch gleich drüber reden es geht es nicht mehr haltet mal kurz den rand bitte dankeschön ich höre euch nicht verlangt das war mir nicht also wenn man die bezaubernde Schlitzhacke hinmacht links und dann nehmen auch was dann kriegt man das eine wenn man da zwei verschiedene Sachen drauf hat ok und und die wären dann zu einer oder wie ja mit Level ah ok das ist ja witzig du musst aber ein bisschen noch aufpassen ne das kriegst du Vorteile Anne du musst da ein bisschen noch aufpassen ne bei du kannst nicht wenn du eine Spielsacke mit Behutsamkeit und an den Kühlkasten das geht nicht das passt nicht zusammen ok kannst du nicht verbrauchen wenn du allerdings ähm eins von beiden haben möchtest musst du gucken welches du nach vorne setzt ah ok dann und äh und das wird immer anders unter einer anderen gut ist jetzt hier noch mal die seltenetage nur weiter unten oder hast du richtig gesagt nein ich bin ich baue da den Wasserfluss richtig weil ich hier unten die Sachen sammeln will alle und was macht der Kürbis hier der steckt gleich in deinem Arsch find ich aber nicht nett von dir ist das nicht unangenehm das musst du dann nativ fragen das musst du mich auch fragen oh mein Gott oh mein Gott Leute hört auf meine ganzen geheimen Tricks mit mir und Lukas zu erzählen bitte nix 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 gar nix gesagt komm ich jetzt hier hoch Lukas irgendwie hab ich was verpasst oder macht ne Strausche ja okay das Leben ist halt hart pfff wortwörtlich natürlich wortwörtlich was denn sonst gelitten.com oder was dort kommen .com gelitten.de genau gelitten.de genau gelitten.de war's d-e gelitten.de guck deine Tochter ein und die das vielleicht ab und zu ja gelitten.de das ist auch noch schwein gelitten.de na die kleine mit Sicherheit nicht warum nicht und der Schnippe oh man okay warte Handy Mann entsperren jetzt sag schon warum müssen wir jetzt anrufen weil er merken soll wie versaut die Jugend doch heutzutage ist als ob Thomas das nicht schon wissen würde das auch nicht so und Telefon schlafen alter schlafen Micha macht doch alles was er sagen tut sagen tut oh das hätte ich beinahe die Falschung mal angerufen zackt 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 ich rufe Thomas an den Einsack und dann war Yuga ey nüt dann lass uns mithören und ich will wissen nein ich mach gleich aus wenn er dran ist ich hab doch Besuch und ja hallo Thomas ich bin's Michael du sag mal du musst noch mal ins TS kommen naja Natti philosophiert gerade über Bonditschippel das stimmt ja mal gar nicht ja jetzt ohne Scheiß ja das kann ich ja nicht sagen das ist dein Part den Gedankengang hatte ich auch schon aber das geht nicht alter du kannst gerne nochmal wieder kommen you are welcome sozusagen alter okay ciao kommt der jetzt ins TS oh Gott oh Gott so da bin ich wieder kommt der jetzt ins TS was kommt der jetzt ins TS wieso sei nicht so neugierig und was ist dein Part was kannst du nicht sagen irgendwie wollen meine Schweine gar nicht mehr Liebe machen Thomas ist derjenige der so die Sprüche ich meine ich möchte das nicht sagen warten wir es einfach ab ich finde das total abnormal dass man Ex-Pay dafür kriegt wenn die Viecher da rummachen ich meine wenn sie rummachen ja soll halt realistisch sein genau weißt du hallo ich halte nur dass du siehst gemacht oh Gott ich steh im Wasser Jukka ja nichts au mich ja mich ja nix mich ja nix mich ja nix mich ja ja nix mich ja nix oh man mich ja nix wieso jetzt frag doch mal oder sag mal ja ja nix bis wir fertig sind du kannst ja gehen du kannst doch gehen wenn du möchtest nein frag ja nur Mann jetzt spring doch da oben ins Wasser und tauch auf du Dopp Depp Dopp Dopp Dopp.com was das ist gut das ist eigentlich der Verfehl für dieses Simply Valish Vanish einfach slash V-A-N-I-S-H schon bist du unsichtbar ach man also da geht's weiter bis hier hin überall einfach Slime weißt du was weißt du was mach wirst du dann zufrieden? gut dann mach das ist zu genial was 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 macht er denn? was was macht er denn? ich sagst wie ein Rechteck Willink ja wenn du das jetzt weg machst guck mal vor dein Fenster ja ja drück 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 ach jetzt mach einfach warte ja mach nein geht gar nicht nein 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 ach man ich kann gar keine Blöcke setzen wenn da ach man du ich komm hier gar nicht mehr weg du bist unsichtbar ja mich hat sich unsichtbar gemacht aber ich kann nichts mehr machen hui ich steh grad vor deiner Tür tatsache welcher kannst du mich wieder sichtbar machen? also auch rutsch zu weckern das war jetzt aber wenigstens stark hey nein das war jetzt wo ich geschlagen jetzt töte ich dich warum ich hab alles gemacht warum hallo ich hab nix gemacht lass mich leben nix mal jetzt mich ja nerven hui mach das wenn du mich findest oh das ist aber uncool ich bin bei mir am Haus außerhalb vom Haus natürlich außerhalb von oh lass mich fliegen außerhalb ist uncool komm doch auf die Betrachtung an ne ja tut's oh ja also ich hab herausgefunden dass der im Wasser nicht schläft das ist die nenne Nati die sich mit dem Kohlem anlegt ok wieso guck mal guck mal guck mal warte los wui macht Spaß lol nachher verreckt der noch egal los lauf mich nochmal guck im Wasser ist der guck tschau was hast du gerade gesagt tschau der haut mich nicht ui 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 Was? Rausch? Was? Wie wollen wir die ganze Welt nachleben? Aua. Oh Gott. Pfff. Pfeil. Mann, du kleine Dreck...